Er hat 0 Ziele in seiner Bilanz und auf der Außenbahn Tobias Kroner bisher einen Punkt erfahren. So also die Aufstellung für den Lauf Nummer 9. So, da sind sie versammelt, Tobias Kroner Bink noch. So, da sind sie versammelt, Tobias Kroner, den Tobias Kroner Bink nach der Spitze. So, da sind sie versammelt. So, da sind sie versammelt, Tobias Kroner Bink nach der Spitze.